Wir alle wissen, elektrische Geräte funktionieren in Hogwarts nicht. Ergo bringt einem das tolle Smartphone an der Schule für Hexerei und Zauberei herzlich wenig. Maggesehen davon, dass man in den schottischen Highlights wahrscheinlich eh keinen Empfang hätte. Was aber, wenn man in der Muggelwelt unterwegs ist, nicht auf das eigene Handy verzichten kann oder will und trotzdem die Magie der Harry Potter Welt aufrechterhalten möchte. Ein Lösungsvorschlag wäre, man nimmt einfach eine passende Handyhülle. Und davon zeige ich euch heute mal eine kleine Auswahl. Wir haben hier insgesamt fünf Hogwarts-Hüllen, die vom Design her alle sehr ähnlich sind. Und zwar einmal das allgemeine Hogwarts-Case im passenden Lila gehalten. Und dazu kommen dann noch Hüllen zu den vier Häusern in den passenden Farben. Also zu Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin. Die eigentliche Besonderheit ist aber eigentlich das große Wappen auf der Rückseite. Das ist nämlich nicht wie bei so vielen anderen Hüllen einfach drauf gedruckt. Nein, das ist wirklich aus Metall und es sticht so ein bisschen hervor. Und es ist wirklich ein kleines Kunstwerk, das aus der Masse heraus sticht. Und mir persönlich gefällt auch echt gut, dass es nicht so ein Cover zum Zuklappen ist. Die schützen zwar die Handys insgesamt ein bisschen besser, aber ich finde es total nervig, wenn man jedes Mal, wenn man eine SMS bekommt oder so, das erst nochmal aufklappen muss. Das ist einfach unpraktisch. Ganz wichtige Info zum Schluss. Die Hüllen passen nur beim iPhone 6 und beim iPhone 6s. Das iPhone 7 hat zwar die gleiche Form, aber die haben da irgendwie an der Kamera was umgestellt, deswegen dürfte es hier nicht passen. So, und jetzt gibt es noch ein alternatives Szenario für diese tollen Handyhüllen, weil der Chris, der möchte auch mal. Chris, kommst du mal? Kennen sie das auch? Sie sind Magier, aber merken, dass die Muggelwelt sie immer weiter einholt. Unter anderem dauert ihnen euren Post viel zu lang und dann denken sie sich, Mensch, so ein Smartphone, das wäre doch was. Aber auch in der modernen Muggelwelt wollen sie den alten magischen Stil nicht vermissen und sie haben natürlich auch noch ihren Haus stolz und sind einfach nur frohe Hogwarts-Schüler gewesen zu sein. Dann gibt es jetzt diese tollen iPhone-Hüllen von Harry Potter. Das nehme ich genauso!